ja das lief super ja der trick war ja und der trick war nicht die typen tod machen sondern die gegen den großen klumpen gegen flippern ja gezinkte würfel ja haben wir jetzt ich guck mal was sie können ja die wollen dass wir haben ja dann gehen wir halt wieder hin ist ja gut was will ich denn den kniecht oder ach der schon wieder hier der blaue freund ja ich bin einfach na gut ich habe immer noch keine lebensenergie was du sehen wie sie ist irgendwie ach was pappalapap völlig überbewertet ja hp und dieses so geil wie dein kleiner kumpel da oben das viet hat er hat auch so süße rosa wangen habe ich eben gesehen dass ich seine augen nee warte mal bis er unter seinen augen hat er so kleine rosa wänkchen da kommen wir gehen weiter hier zu dem ja du sofort hier ist schon wieder so eine gift geschichte jetzt sind es zwei gift gefühlt auf derselben spur kommen wir mal mit ja wenn ich da jetzt rüber laufe dann bin ich vergiftet ach so ja das macht sinn und das möchte ich nicht so gerne egal jetzt bin ich hier vergiftet ich kriege mein leben nie wieder voll egal hier links ja ja zu dem homie da geht einfach in die hülle mit dem großen felsen haben wir doch schon haben wir schon gemacht haben wir schon gemacht ich meine natürlich habt ihr ihn ich bin sekten euch tatsächlich geholfen ok nicht so schnell das war nur eigentlich heute auch ach guck mal da oben rechts spielen auch zwei karten ja ja das ist auch süß gleich neben dem wasserfall gesicht das schaffen wir schon ja was war denn mit dieser quest ich will diese 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 regens haben ja hier dann müssen wir auch weiter durch den wald ist nicht von der wald ist irgendwo im blütenberg ja wir waren ja hier im osten noch nicht ganz ein kleiner killer schneeblock wie viel und der uns schon den arsch gerettet hat wirklich ja der macht halt effektiv die hälfte von meinen hp pro hit ich seh nix jetzt wurde ich vergiftet das mag ich auch nicht haben so gift sein ist nix hier waren wir ja auch noch nicht ganz drüber oder ne doch hier waren wir noch nicht aber irgendwo waren wir noch nicht durch meine ich weiß es nicht hier war die nackige hier nach unten genau hier waren wir noch nicht hier steht auch so ein kleiner hier ist auch so ein wasserfall gesicht da hat er doch von geredet ja da sind wir auch nehmen wir hier erstmal die quest indianer jones er heißt auch dr jones karlindate jones karlindate jones karlindate jones karlindate jones ich kenne diesen kristall hier sehen natürlich kenne das er ist riesig na liest du mal äähhhhhhhhh ähhhhhhhhhhh ja Ja, wir müssen einen Minenarbeiter finden, der hier den Kristall kaputt spielen kann. Okay. So, du. Wo finden wir den? Guck mal her, hier gibt es was zu kaufen. Nur 10.000 Gold, ich gebe dir 1 Gold. Kein Problem. 100 Gold, 3 Gold, 10 Gold, 4 Gold, 1 Gold. Nein, warte. Hahaha. Hahaha. Ein guter Beutel. Nein, Audible, ich möchte dich jetzt nicht sofort updaten. Uhhh. So. Jo, lauf. Hier können wir auch noch nach links. Wollen wir das erst machen? Weiß ich nicht. Ja, komm, dann gehen wir hier erst nach links. Da in dem kleinen Loch ist bestimmt unser, unser Haustier-Kollege, den wir jetzt haben. Oder nichts. Oder wir können da einfach nicht rein. Jo. Auch das ist natürlich eine Option. Hier geht's runter. Ja, mit Knochen und allem. Oh, hier ist wieder ganz viel Geschmauchen und Gebiere. Ach, hier sind wir jetzt wieder an der kaputten Brücke. Oh, okay. Ich hab voller HP in den Kopf. Waren wir hier in dem Loch eigentlich schon drin? Keine Ahnung. Da oben in der Höhle? Ich finde das sehr verwirrend hier. Ich glaube, ja. Ach, ja, natürlich. Da war doch der große Stein. Ja, ne? Ja, dann lass doch da in die Putze gehen, oder? Wollen wir hier nochmal nach Süden gucken? Ich weiß es nicht. Na komm, wir gucken hier nochmal nach Süden. Ich bin verwirrt. Das ist so viel. Ich weiß nicht. Aha. Okay, bamm. Alles klar, ein Agrabar. Dann nach Osten und ab in die Höhle. BAMS! Das war massive death. Wow. Wow. Das sind ja lustige Blumen. Ist das von dir? Ne, das sind ja die Blumen. Wofür? Diese Knospen, wo mein Kleiner gerade drauf einboxt. Okay. Hier, die da, genau. Die waren vorhin nur nicht da. Gut. Ne, die sind neu. Äh, hm. Ein Dungio. Oh, oh mein. Das war so klar. Ja, alles klar. Power, the flower. The flower with the power. Der tief sieht sie ja. Kannst du sagen, wenn sie willst. Oh, oh, er ist geschildet. Er ist immer noch geschildet. Lass das doch mal. Ach so, wir müssen die Pilzchen töten. Ja, die kleinen Blumen, ne? Und die Pilze. Und alles. Oh Gott, ist das viel. Alter, es ist ja auch jetzt irgendwann mal gut. Ich muss ja auch nicht den ganzen Bildschirm füllen mit Scheiß. Doch, doch. Ja, ja, das ist wichtig. Zum Glück haben wir mal einen kleinen Kumpel, ne? Der macht, wenn wir noch so ein bisschen haben. Der Mensch hier. Äh, alter. Und wenigstens werfen die kleinen Viecher auch mal liebens Kumpel ab. Ab und zu. So, wie hier zum Beispiel. Boah, was soll denn der Mist jetzt hier? Alter. Hallo. Es ist ja auch gut. Es reicht. Genug Scheiß. Hallo. Ich bin reichlich tot. Ja, ich kann aber gerade leider nicht stehen bleiben. Komisch. Wieso ist denn das jetzt weg? Jetzt, warte. Aua. Ja. Das kommt super. Stell dich mal hier irgendwo ganz in der Ecke. Ja, ich versuch's. Komm hier, hierher. Ja, toll. Natürlich. Na, klasse. Ich hab mal 103 Leben. Ich befürchte, kein Problem für dich. Überhaupt nicht. Oh, Lebensgutel. Und ein Pilz, der mich hauen sehen. Ich sehe noch nicht mal mehr was. Alter. Warum müssen die Boss-Fights immer so mies sein? Komm, 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 komm. Siehst du wahrscheinlich was? Yes. Yeah. Ich gleich meinen kleinen Duft wiederholen. Ja, dann bin ich recht tot, ne? Erstmal. Alter. Es ist einfach nur, es ist alles, es ist alles voll. Der ganze Wildschirm ist voll mit Scheiß. Ist es. Ach, Lebenspunkte. Es ist alles voll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist mir zu viel, Alter. Aua. Ich fühle mich gerade nicht wohl. Das ist ein HP, HP. Yes, Sir. Ich möchte anmerken, dass ich noch nicht gestorben bin. Das, ja, das finde ich gut. Ich weiß nur gerade leider nicht, wo ich bin. Mehr HP. Oh Gott, oh Gott. Es ist einfach, es ist einfach. Jesus. Es ist einfach. Oh Gott. HP, HP, HP. Noch mehr HP. Pilze, 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 Pilze. Oh mein. Komm schon, Spiel. Jetzt wird es langsam albern. klar kommen 15 blumen und dann noch der laser doppelt ist recht ich bin hin ja ich habe ja das ist gut gemacht exzellente gehöre dafür kommen wir haben ja schon ganz schön runter gehauen ja ich sehe mich nur leider nicht ich sehe gar nicht ja kein problem das haben wir probieren ja